Jo Leute, was geht ab? Ich bin euer Rathen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, heute in diesem Video geht es um etwas ganz ganz Besonderes. Ich möchte einen Abonnenten heute von mir beschenken, der noch keine Ahnung hat, dass er beschenkt wird. Wahrscheinlich wird dieses Video dann erst online kommen, wenn er es schon weiß. Aber ich mache heute eine Person glücklich in meinem Livestream, den ich gleich auf Twitch starten werde. Und da hat eine Person einfach ein bisschen Glück. Warum, erkläre ich euch. Er ist schon sehr, sehr lange hier auf meinem Kanal aktiv. Er ist schon wirklich gefühlt seit Anfang an dabei. Ich glaube, er war sogar schon wirklich im ersten Video oder im zweiten Video, war der schon in den Kommentaren dabei. Und seitdem auch immer und immer wieder. Er hat mich supportet, als ich noch sehr, sehr klein war, hat er mich schon quasi gefeiert. Und jetzt, wo ich halt ein bisschen mehr Reichweite auf YouTube habe, ist er immer noch aktiv. Und wirklich, so einen Support muss man einfach irgendwo sich zu Herzen nehmen und auch irgendwo mal wieder was zurückgeben. Ja, es sind weitere Leute, es sind sehr viele auch sehr aktiv. Aber so wie diese Person war bis jetzt noch keiner aktiv. Und das nehme ich mir wirklich ehrlich zu Herzen. Aus dem Grund hat diese Person zum Beispiel auch einen Mod bekommen. Also er ist Moderator bei mir in meinen Livestreams. Er weiß jetzt wahrscheinlich auch schon, was er gemeint ist. Dann auf jeden Fall darf er auf meinem Discord-Server auch als einziger in meinem VIP-Sprachchat, wo eigentlich nur ich und meine privaten Freunde, die ich kenne, rein dürfen. Und sonst keiner, der darf da auch rein als einzige Person. Der ist quasi einfach wie mein kleiner Bruder geworden, kann man sagen. Aus dem Grund habe ich mir gedacht, mache ich ihm heute mal ein Geschenk für diese heftige Support-Aktion. Und um wen es sich jetzt dabei handelt, werdet ihr jetzt gleich im Livestream erfahren. Da habe ich nämlich, muss ich auch nochmal ganz kurz erklären, bevor das jetzt hier zu lange wird. Aber da hatte ich eine Aktion gestartet und hatte gesagt, wer zuerst die 5000 RGA-Points bei mir im Livestream erreicht. Das ist einfach eine Währung, die ich eingestellt habe. Die bekommt man automatisch, wenn man zuguckt. Ja, bekommt man alle 15 Minuten drei Punkte. Man kann aber auch mit so kleinen Minigames mehr Punkte bekommen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, alle 15 Minuten drei Punkte. Wie lange hat er zugeguckt? Er hat schon krass lange zugeguckt, aber nichtsdestotrotz hat er auf jeden Fall die Möglichkeit auch gehabt, durch diese Minigames schneller Punkte zu bekommen. So, hatte ich gesagt, der Erste, der die 5000 bekommt, bekommt ein Geschenk von mir. Da war diese Person immer ganz weit oben mit dabei, beziehungsweise er war immer ganz oben. Bis dann der liebe NS58 Gaming kam, ja. Das ist übrigens auch ein treuer Zuschauer von mir. Der kam dann und hat halt übelst viel donated, ja. Und wenn man bei mir donatet, bekommt man halt pro 1 Euro Spende 10 Punkte, so, dass ich euch halt was zurückgeben kann, wenn ihr mir spendet, dass ihr auch was davon habt. Und er hat halt extrem viel donated, weil ich mir da noch was kaufen wollte für meinen PC und so weiter. Und dann hat er halt einfach richtig viel was locker gemacht und hat dadurch halt sehr viele Punkte bekommen, ja. Und hat dann als erstes die 5000 Punkte ganz knapp zu *** erreicht. So, dann hat natürlich der NS58 Gaming was von mir bekommen, den habe ich ein Frack FX Piranha Geschenk gehabt. Der wollte den haben, ich habe den ein paar Sachen gezeigt, habe gesagt, du darfst dir was aussuchen. Und ja, habe ich mir gedacht, schade fürs ***, aber sei trotzdem NS gegönnt, weil er war der Erste. Und dann habe ich mir aber gedacht, komm Ratung, ich mache das jetzt mal so. Einfach ohne irgendjemandem was zu sagen, werde ich denjenigen, der zuerst die 5000 Punkte erreicht, ohne irgendwie donated zu haben. Und der *** ist halt einer, der hat jetzt nicht oft donated, beziehungsweise er hat so gut wie gar nicht donated, weil er halt die Mittel dazu nicht hatte, Paypal ging nicht. Und jetzt seit kurzem kann man übrigens auch anders bei mir donaten und da hat er es auch gemacht. Das ist jetzt erstmal nebensächlich. Er hat dann als erstes die 5000 Punkte auf normaler Weise erreicht. Und da habe ich mir gedacht, komm, habe ich jetzt eigentlich schon seinen Namen verraten? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es gar nicht, Freund. Ich bin gerade, ich erzähle gerade einfach frei raus, uncut, ohne irgendwas zu schneiden oder zu überlegen. Einfach frei aus dem Kopf raus. Auf jeden Fall hat er die Punkte als erstes erreicht und aus dem Grund mache ich ihm jetzt ein Geschenk im Livestream. Gönnt es euch. Mal gucken, wie er reagieren wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Er hat sich eine Sache sehr, 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 sehr gefreut. Und ich denke mir, er wird auch drauf kommen, was ich ihm schenken werde. Aber guckt es euch am besten selbst an. Skyrakes, Brudy. Wir versuchen es erstmal so. Ey, Bruder, hier. Was sind das für respektlose Sachen hier, die du machst, Skyrakes? Einfach eben dem Loser zu verpassen, wenn ich nicht in Ordnung, Bruder. Disqualifikation. Willst du eine? Oh, oh, 20 Euro, Skyrakes. Oh mein Gott. Zwei Chancen. Gönn dir. Wo ist das dann? Amateur. Amateur Skyrakes, Digga. Also wenn ich diesen Start schon sehe, würde ich auch sagen, Skyrakes hat nicht geübt. Aber Skyrakes hat safe geübt. Man kennt ihn. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Skyrakes ist nervös. Kleiner Lauf. Letzter Versuch. Ich bin drei Wochen nicht bezahlt. Ja, aber selbst dran schuld, würde ich sagen, Digga. Ach so, Skyrakes, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen 5000 Punkten, mein Bester, ne? Danke. Der Erste, der das auf legale Weise ohne Pay2Win geschafft hat, Digga. Herzlichen Glückwunsch dafür. Danke, Bro. Ah ja. Ah ja. Machen wir Platz hier, Kollege. Er schafft es nicht mal, die Fallen zu triggern. Hä? Oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh. Digga, was machst du? Digga, was macht der? Er scheißt hier richtig rein, Digga. Bruder, bleib locker. Was ist los mit dir, Skyrakes? Bist du nervös? Du kennst erstens... Ja, ich habe keinen Movement mehr. Bruder, du hast gar keinen Movement, Alter. Was ist los mit dir? Du brauchst dich nervös sein, Bruder. Wir kennen uns doch schon so lange. Skyrakes ist übrigens einer, Freunde, der mich auf YouTube schon von Anfang an wirklich, von Anfang an verfolgt hat. Der war spätestens beim zweiten YouTube-Video von mir dabei und ist immer noch ein aktiver Zuschauer von mir, Freunde. Und aus dem Grund ist er bei mir auch ein Moderator. Aus dem Grund hat er hier auch im Discord-Server Zugriff auf meinen VIP-Channel, Freunde. Also Skyrakes ist schon ein Bruder für mich. So, Skyrakes, mein Bester. Du hast es leider nicht geschafft. Aber weißt du was, Skyrakes? Ja. Guck mal kurz in den Stream, Bruder. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Trotzdem... Weil du... Ah, guck mal trotzdem rein. Vielleicht siehst du ja trotzdem was. Skyrakes, weil... Skyrakes, weil... Du... Der Erste bist, der die 5000 Punkte erreicht hat. Ohne... Warte mal, ich muss mal kurz hier raus. Ohne... Irgendwie Pay-to-Win zu machen. Du hörst mich noch, Skyrakes, ne? Ja. Bekommst du etwas von mir... Was du dir wahrscheinlich schon lange gewünscht hast. Und zwar... Das, was ich mir gerade vorstelle. Ich weiß nicht. Guck mal in den Stream, ob du es siehst. Das, was... Ich sehe es noch nicht im Stream, aber... Ich weiß. Die Delay ist drinnen. Ich hoffe, du freust dich darüber. Das Ding kriegst du auf jeden Fall als krasser, aktiver Supporter von meinem Kanal, Bruder. Und vor allem der Erste, der die 5000 Punkte hier auf meinem Kanal geschafft hat. Ohne... Ohne wirklich dafür zu donaten oder so. Was jetzt natürlich schlecht für mich ist. Aber, Bruder, sei dir gegönnt. Du bekommst den hier, Bruder. Siehst du es jetzt endlich? Nein, Digga. Es hängt bei mir wegen dieser Ding. Grafix. Du bekommst den FPS Dominator, Bruder, von mir, mein Bester. Du kriegst den, sei dir gegönnt. Oh mein Gott, Digga. Ich hoffe, du freust dich, mein Bester. Ich hoffe, du freust dich. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, aktiver Supporter. Nein, ich weiß, dass du dir den schon lange wünschst. Deswegen bekommt der liebe Skywax von mir hier den FPS Dominator. Das ist so ein Teil, was man sich hinten an den PS4-Controller anstecken kann. Und das Ganze wie ein Scaf nutzen kann dann. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Skywax, ich hoffe, du freust dich echt darüber. Schreib mir deine Adresse nochmal bei Instagram. Und dann schicke ich dir dieses schöne Teil, Bruder. Viel Spaß damit. Seid ihr gegönnt. Jetzt sehe ich, Digga. Jetzt sehe ich. Danke, Digga. Danke. Sehr, sehr gerne, mein Bester. Sehr, sehr gerne. Bring persönlich vorbei. Skywax wohnt am Arsch der Welt. Das kann ich dir nicht persönlich vorbeibringen. Aber seid ihr gegönnt, Skywax. Wie gesagt, Ehren Skywax. Wir schalten hier erstmal kurz in die zweite Cam. Und losen die nächsten aus. Kein Problem, Bruder. Wirklich, sehr gerne. So, Freunde. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ihr habt auf jeden Fall Skywax Reaktion gesehen. Es war schon geil. Wie gesagt, er hat sich extrem gefreut. Er hat mir noch auf Instagram geschrieben. So, ey, ich schwöre, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tausend Dank und so weiter. Ja, hat er mir nochmal geschrieben. Ich habe geschrieben, gar kein Problem, kein Ding. Sehr gerne. Und er hat sich einfach extrem gefreut. Und, Freunde, er wartet jetzt nicht, dass er irgendwie anfängt zu heulen. Oder warum er nicht geheult hat oder nicht rumgeschrien hat. Es geht hier um einen Gewinn. Beziehungsweise um ein Geschenk. Was er sich auch zwar schon immer gewünscht hat. Und er hatte auch keinen Skaff-Controller. Und damit kann er ja das Ganze zu einem Skaff-Controller ummodifizieren. Deswegen, er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut. Alles andere, was ihr so kennt, das sieht man nur im Film. Dass die Leute anfangen zu weinen oder rumschreien oder sonst was. Ja, er weiß auf jeden Fall, dass es einen materiellen Wert hat. Und er hat sich darüber gefreut. Und ich freue mich natürlich auch darüber, dass er sich gefreut hat. Freunde, ansonsten, falls das Video euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz, ganz bald wieder. Euer Raton. Peace. 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 Peace.